Also es gibt ja diese Typen nach Jelinek, fünf Typen, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon und für viele ist es gar nicht so einfach zu lernen, was haben jetzt diese griechischen Buchstaben mit der Sucht zu tun und es wird zwar nicht so häufig gefragt, aber es ist schon ein bisschen praktisch, wenn man so eine kleine Brücke hat, um da drüber zu kommen. Deswegen habe ich so kleine Eselsbrücken gebildet, für Alpha, Alpha merke ich mir ganz einfach A wie Aua, Alpha wie Aua, das ist der Konflikttrinker, der trinkt also, wenn er ein Problem hat, eben ein Aua hat. Der Beta-Typ, Bett wie Betriebsfeier, so merke ich mir den, das ist der Gelegenheitstrinker, der trinkt bei Gelegenheiten eben zu viel, wie klassischerweise auf der Betriebsfeier. Alpha und Beta sind keine süchtigen Trinker, sind noch kein Alkoholismus, sind sozusagen Vorstufen. Der Alpha-Typ ist natürlich stärker gefährdet, weil der bei Problemen trinkt. Also, Alpha, A wie Aua, Beta, Bett wie Betriebsfeier, Gelegenheitstrinker. Dann kommen wir zu einer politisch unkorrekten Eselsbrücke, sage ich gleich, Gammatyp wie Gammler, aber so merke ich es mir, das ist der süchtige Trinker, das ist der schwerwiegendste Trinker, Gammatyp. Dann kommen wir zum Delta. Delta ist D wie dauerhaft, das ist der Spiegeltrinker. Man kann sich auch merken, wenn man will, ein Flussdelta, da haben alle Nebenflüsse, haben denselben Spiegel, haben denselben Wasserstand. Der braucht permanent immer den gleichen Stand an Alkohol. Der hat keinen großen Rausch oder so, der hat keinen Kontrollverlust, aber der hat permanent diesen Pegel, den er braucht und deswegen natürlich Entzugssymptome. Delta wie D dauerhaft. Und der Epsilon, der ist wieder ein bisschen naheliegend. Epsilon wie Episode, kann man sich eigentlich ganz gut merken. Episodentrinker ist eben dieser Quartalsäufer, der dann so Exzesse hat, mehrtägige Alkoholexzesse, die aber jetzt nicht dauerhaft sind, sondern die auch mehrere Monate nicht auftreten können und dann kommt wieder so eine Episode. Epsilon wie Episodentrinker. Also Alpha wie Auer, Beta wie Betriebsfeier, Gamma wie Gammler, Delta wie dauerhaft und Epsilon wie Episoden. Ich hoffe, das hilft dir weiter, dir das einfach und sicher zu merken. Ich wünsche dir viel Spaß und alles Gute beim Lernen und wir sehen uns sicher in dem ein oder anderen Prüfungstraining.